ja hey willkommen mein name ist der nero lp und ich begrüße euch zurück zu let's play tales of the world die chronicles edition in der letzten folge haben wir glaube ich ach ja wir haben dieses mini-spiel gemacht an der brücke mit genis und ja ich habe mir nicht den gefallen getan und das ausgebildet noch ein bisschen weiter versucht weil ich habe gar keinen bekommen das spiel ich weiß auch gar nicht ob das irgendwann mal irgendwie machen werde also ja ich habe ich gedacht hat keine ahnung ich bin bin ich in den dingens server und okay perfekt ich habe mich ausgehen so ein bisschen umgeschaut in allen möglichen regionen und ja ich weiß mittlerweile auch moment maxwell findet was ich sehr gut finde anscheinend soll er irgendwo extra sein wo ich auch schon gewesen bin weil ja da hieß es ja irgendwie so ja irgendwie der erste anführer von exxia oder so hat ein pakt mit maxwell geschlossen und er dafür gesorgt hat die stadt dann fliegt und also was also ja habe ich mir deswegen gedacht dass da irgendwo ein paar informationen zu maxwell sind welchen darin finden kann und scheint ja auch anscheinend der fall zu sein also ja werde ich gleich oder einen nächsten part vielleicht noch mal umschauen aber als erstes gehen wir einmal das durch was ich also alleine herausgefunden haben zwar gehen wir dafür nach isolt da muss ich mit einer person reden dann krieg ich was schönes und ja ich weiß schon was ich bekomme deswegen ja oh mein gott spoiler aber egal nachher und dann muss ich auch noch mal ein anderes gucken aber warten wir erst mal eins nach dem anderen erst mal in den sollt hier mit so einem typen quatschen ja ich habe übrigens zelos wieder eine truppe weil ich items haben will gratis items also wenn ich ich kann man nicht darum herum mit anderen leuten zu sprechen also habe ich das direkt ausgenutzt und ein paar gratis items ob ich krieg hier bis jetzt noch gar nichts so der ja so max als statt gelesen habe oder max habe ich echt gedacht wir hätten max beinahe gefunden weil max max da hatte ich ein gutes gefühl aber war leider nicht der fall und leilaten gar nichts miteinander danke leute was verdankst du dich was bedankst du dich bei uns wir haben doch gar nichts gemacht jetzt wird mich leider sicher etliche hören wie ist anzeichen meiner dankbarkeit ein fritz zu halten ich bin euch so dankbar danke danke vielmals da war es auch schon so haben wir zu bekommen der weiß nicht kommt schon denn jetzt und so tragen gennis regal und servos gibt intelligenz hoch wenn auch nur für zwei punkte also immer den gennis alles andere irgendwie nur um ein ungefähr erhöht super ach ja ich habe dingens noch zwei sachen gefunden und zwar im lateren pass und zwar diesen einen weg den man ja auch gehen konnte also da war ja dieses haus wo dieser elfen archivar war oder und irgendwie sowas und ja da habe ich eine frau super gerade sehr schön habe ich auch wieder ein paar können wir ja auch nutzen und ja da habe ich jetzt noch mal gesagt ach ja latheonschlucht da konnte man da so einen alternativen weg gehen wo man hier mit diesen pflanzen in so einem wasserfall gepustet wird und dann konnte man da irgendwie runter gehen und so einen alternativen fahrt nehmen den bin ich gegangen und da den habe ich aber glaube ich uns genau gezeigt aber wenn ich den gegangen wäre ich wir den ganzen weg hoch rennen müssen und das wäre richtig doof gewesen für mich so da ist der tempel von mattel muss schon sagen aber dann ganz geilen ort gefunden oder so so und da habe ich dann folgende items gefunden und zwar lass mich mal gucken rundenhelm war das glaube ich nämlich ein rundenhelm edelhelm oder ein edelschild irgendwie so ja hier edelschild wird sehr los und ich glaube die sternkappe war das oder ich glaube es war die sternkappe wie sollte man vielleicht mal den jetzt geben oder nicht du kannst auch nichts hier tragen oder den erzigen die helme tragen können oder nimmst du auch nicht die war für die katze eigentlich den runden schild habe ich glaube ausgerüstet weil er mehr intelligenz gibt aber ich glaube ich sollte mir nochmal angucken der stern schild zum beispiel die meiste verteidung oder edelschild zum beispiel die abwehr gegen wasser ist ja auch nicht schlecht ist situations bedingt so und ich tue jetzt frage ich komme ich hier die ex aus bin ich werde jetzt hier ein paar sachen wieder granulieren super kann das habe ich drei stück ja auch nicht schaden ein paar davon haben ja wie viele dinge habe ich ich noch verballern könnte ich wüsste wo die sind granulaten kreis mal einmal feines kann oder und einmal granulat nein nein war so dann bin ich außerdem hier auch noch für weltkarte umgereist weil ich dachte irgendwie muss ich vielleicht einen bestimmten ort auf hinten oder so maxwell zu finden und ja da war auch sehr ergiebig den figuren album kann ich danach auch nicht idiot dann figuren album sag mal was ja kommt hier so wahrscheinlich manchmal die hauptcharaktere am hallo ich denke mal die werden alle irgendwie nach und nach hinzugefügt ne ich habe mich etwa irgendwas verpassen ok ist gut er war auf der weltkarte habe ich dann auch noch irgendwie so sachen gefunden es gibt schatztruhen auf der weltkarte sehr schön ach ja ich gucke die ganze zeit hier ich spicke die ganze zeit auf meine notizen nicht mehr gemacht habe was ich hier erwähnen wollte ich habe für colette wieder zwei titel bekommen und zwar einmal kleine die bin weil ich sie gesteuert habe und hier und wieder hier so ein paar sachen geklaut haben dann habe ich irgendwann die wegen bekommen ich bin kein die energie mir einfach ihre items natürlich und ruhe pro habe ich auch noch bekommen wenn in den kampf ohne hast grüße immer mit einem lächer und kommen nie zu spät keine ahnung ich habe irgendwie engelskills irgendwie so eingesetzt dann irgendwann habe ich das gelernt für also nicht regel habe ich dann auch glaube ich noch die letzte attacke die er lernen konnte gelernt ich glaube habe ich schon lange aber habe ich irgendwie noch nie erwähnt also das hätten wir auch und jetzt gehen wir mal dass ich mal ganz kurz mal die notizen gucken ja im dingens in der toys me diese räder da bin ich auch noch ein bisschen verwirrt diese ganzen schalte man aktivieren konnte also ja keine ahnung hat man da machen musste deswegen ja ich mir mal notiert keine ahnung hat man da machen muss also ja wir vertagt novas wohnwagen den habe ich auch wieder gefunden weil brisea hat ja in irgendein skitter mal gesagt dass wir maxwell genauso finden sollen wie die anderen beschwergeister oder wie aska glaube ich irgendwie sowas den haben wir gefunden nachdem wir dr nova ihr getroffen haben professor und ja als den dann auf der weltkarte gesehen habe war ich überglücklich und da dachte jetzt hast du maxwell gefunden und ja schauen wir uns erst mal gespräch an hallo was machst du hier draußen in der wüste ich habe gehört eine riesige wurmartige kreatur wurde in der wüste gesichtet also bin ich gekommen sie zu studieren sollte ich aber angerufen werden laufe ich in panik davon das leben als zoologisch scheint sehr gefährlich zu sein sein leben im namen der wissenschaft zu riskieren ist bewundernswert ja das ist ziemlich beeindruckend ja wir haben dieses wormen doch getötet was wirklich ja ach so wie schade wir haben seine dann unsere monster liste aufgenommen wirklich darf ich sehen also ist das ich hatte zwar nicht die gelegenheit echten wurm zu sehen aber ich schätze mich dennoch glücklich die daten analysieren zu können ich muss schon sagen sie haben viele daten erfasst wenn sie weiterhin daten sammeln ja das habe ich vor erlauben sie mir eine kopie davon anzufertigen wenn die daten komplett sind selbstverständlich ist es für den fortschritt der wissenschaft gedacht wenn die liste komplett ist kommen wir wieder danke ich werde warten ich meine so viele fehlen auch gar nicht mehr also wenn wir gegen alle monster hier fleißig kämpfen dürfte eigentlich zu schaffen sein 85 prozent dafür noch 36 monster so gut die meisten davon sind wahrscheinlich alle im der unterhält also alduin dann sarah sarah may und alduin sehr schön manfred heinrich und alduin ja keine ahnung so der wohnwagen ist weg ich habe den dann irgendwann noch mal gefunden und bin eingegangen ob sie dann vielleicht was geändert hätte war aber auch nicht der fall deswegen so jetzt überlegt ich muss wieder auf meine fleißigen und diesen gucken sternkappel edelschild naja wir müssen nach mel tokio oder ja müssen nach mel tokio ich habe noch was gefunden aber das können wir im moment nicht gerade machen deswegen gehen wir nach ja ich gehe genau ich entferne ich genau von dem ort wo ich nach dingens komme nach tetala also in der folge dürfte eigentlich schon gehen klar geworden sein wird nur klein zeug gerade erledigt also kein story fortschritt oder story fortschritt vor allem also keine wichtigen sachen wie kolossium kämpfe oder so vielleicht packen wir ja einen noch irgendwie so da rein weil ich brauche geld mel tokio da ich werde nochmal hat mini spiel versuchen aber ich habe gar keine lust darauf als ehrlich da trägt mich ein bisschen auf das spiel weil ich ja jetzt irgendwie anfangen zu spielen das ist meine erste aufnahme heute und wenn ich dann wieder dutzende mal versage dann legt das nicht auf meine stimmung wahrscheinlich und das lasse ich lieber so wir gehen jetzt so zellos villa als da mit dem butler geredet habe habe ich nämlich auch was schönes bekommen und hier ist nicht zellos villa wenn doch dann hat er sich ganz schön gehen lassen so dann ja ja ich würde mal gern die restlichen wunderköche noch für mich noch die restlichen drei rezeptor so bekomme ich darf nicht reden und mich dabei bewegen und wie geht das nicht ich bin ich multitasking für ich gebe mal items bitte um ja ja ich brauche geld ich brauche noch 30.000 weil ich schon irgendwie am ende es passt noch zusammen kratzen hier ja war schon 5000 mal dieser stadt und ja da ist nichts fehler meine güte irgendwie bin ich gerade neben der spur ich laufe irgendwohin ich rede und dann lande ich irgendwo und frage mich wo bin ich super granulat jetzt kommen wir zu dicks hause super alles klar mon die herz hallo sie haben alle damen dieser welt behehrt gut dass sie mitzählen nun dann ist das ergebnis man das ist das ergebnis meine ausdauer und hingabe ihre völlige hingabe eine aufgabe bewegt mich zutiefst ähm ich habe soeben einen boten gesandt um prinzessin hilda zu informieren was sie haben erst da gesagt ja so anscheinend möchten sie ihnen einen titel verleihen zählt den titel gigolo ich freue mich für sie ist zwar was für ein titel soll das denn sein so lassen sie das haus beruhigt in meine abgut passen sie auf sich auf herz hallo so mal ob die staatswerte gut sind ich habe ich noch nicht nachgeguckt nämlich was geht auf alles hoch sehr gut das mit jemals auf der welt gesprochen titel in anerkennung seiner leistung es ist natürlich die frage ob jetzt die staatserhöhungen gut sind oder nicht weil ihr könnt zum beispiel jetzt mal so angenommen sagen wir mal eine erhöhung von fünf ist gut also plus fünf stärke und plus fünf verteidigung und hier ist wahrscheinlich auf alles irgendwie eine steigung von 1 oder so aber ja jetzt käme das sondern möchte ich vielleicht noch so ein bisschen geld zusammen kratzen dann habe ich nämlich das auch erledigt dann können wir uns mal also nicht max mit men in exa wahrscheinlich wird es ja auch wieder zum kampf kommen oder so da kann ich auch wieder den titel den titel den video füllen damit wir ja die folge schon mal gut verplant haben und dann werde ich wahrscheinlich entweder im kolossium oder im in der unterwelt weitermann und ich muss mir eigentlich ein laden hier ist ein laden ja ja irgendwie ein bisschen geld zusammen kratzen können mir wunder geht so viel brauche ich gar nicht habe ich denn unnötig oft irgendein ausrüstungsgegenstand war nur eine waffe eigentlich ich war ja noch eins mal von irgendwas zerstörer eine rüstung war auch gut ich habe ja schon eine weile gute sachen wahrscheinlich sowieso hier die ganzen leben abgas damit ich alle ausrüstungsteile und so ab so sammel halt sammlerleidenschaft da packt mich halt hier ich glaube nicht dass ich irgendwelche ultimativen rüstung gerade habe oder so sollte vielleicht alles auf einmal verkaufen damit sich immer hin und her es wird schluss kann sein dass ich vielleicht irgendwas jetzt aus versehen mit verkauft aber ich habe vergessen habe weg zu checken ich könnte auch gar nicht auf die staatswerte und so ich gucke einfach aber ganz oft haben und verkauft hat einfach in dem sinne so wie viel haben wir jetzt 110 sehr gut oh ja und natürlich deswegen ging es hier geben nur erhöhte ich verdienen so viel ich kaufe die habt ihr einmal gekauft wie blöd ich hoffe ich komme in der unterwelt noch so ist also feine dann schon mäßig also bonus dann schon mäßig deswegen denke ich mal da wenn man bestimmt auch gute belohnung bekommen wenn wir da durch rennen teufelswaffen die muss ja auch noch finden fällt mir ein ok wird sich auch wahrscheinlich irgendwann erledigen also ich will uns jetzt ob hinten nach zum akonesia passt mein gott weil wir so ein behinderten gegen den kopf geschlagen wird sich hin sehr gut aber es hat geholfen extra ja 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 nicht in diesem part äh dings schnee frage es ja immer mir ist jetzt erst aufgefallen dass der weg zu server und ne geh weg der wüste ist naja ist gut mit was der übergang zu server und ja hier habe ich auch gedacht ihr könnt im wechsel sein weil es hier so verdächtig ist nämlich gar nichts jetzt einfach nur so eine fläche mit nichts ich glaube ich habe hier eine schatze oder so gefunden ja die dinger die habe ich auch verdammt aufgefunden ich war noch nirgendwo reingegangen gehen wir jetzt mal ein sag mal bist du schon mal auf einen pegasus geritten nein nie ich schon einmal wow wow wie war das es macht riesigen spaß ich habe es erst einmal gemacht aber dein ganzer körper erzittert wenn der drache einen schritt macht drache hört sich unbequem an es gibt einen trick du musst dich dem rhythmus anpassen ich habe mich bewüht mich den tempo anzupassen und und mir wurde schlecht wo das denn zu spaß nein aber es hat dir spaß gemacht oder ja okay das verstehe wer will sehr schön was jetzt noch mal der übergangste server und ist so ein schneegebiet und der nach der tor leistung der wüste wenn die fall gegen sätze vor tiefgründig hakonesia pass wo ist er da bräuchte mal eine menge geld ja es war von diesen einen typen wir dem war dann passierschein ja verschärbelt haben aber nicht für 100.000 galt was schönes bekommen was er gefunden hat ich dachte erst der will uns hier sein passierschein wieder abdrücken weil wer anscheinend auch 100.000 großartig kann mich gar nicht mehr daran erinnern nicht gesagt und ja war aber nicht der fall deswegen wie schon gefordert was anderes bekommen habe auch glaube ich nicht schlecht deswegen machen wir das hier noch ganz schnell und dann in der nächsten folge suchen wir maxwell noch mal in extra ja hier doch nein jetzt falsch allein der wind ich lauf doch nicht ja ja so alles klar dann du typ komm her her du bist es ich habe einen interessanten fund gemacht möchte ihn für 100.000 galt kaufen ok erhalten gold rüstung sehr gut und zwar ich glaube das kann nur zellos ausrüsten ja so ein gewahr hat auch zellos macht sind ne 295 noch dazu ja kein schaden schreiben konnte ich mir mal angucken muss ich gar nicht gemacht irgendwie seitdem nicht artgericht sortiert so wo man ja heilstein legendern hält noch der antike gehört ok ja ja so haben wir hier wieder was erledigt sind ganz kein bisschen power voller geworden ja brauche voll das ist die deutsche übersetzung von power voller so da würde ich sagen wo 22 minuten lange dauert in der nächsten folge gehen wir nach extra ja und suchen noch mal maxwell und kämpfen wahrscheinlich gegen ihn und ja deswegen sag ich jetzt erstmal tschüss und wir sehen uns in der nächsten folge von erst mit der symphonie die chronicles edition